Doppel-Toss Naja, die ist richtig schön zum Cannon Rushen Ich sag, Cannon Rush bist du nicht hinten Ich spiel's aber nicht, hasse es Vielleicht mal als Spaß, aber so nicht Oh, heute ist ja das wär doch richtig angenehm, ey Ja, ich find das auch voll gut, ey Das ist schon kühl Also, im Gegensatz zu den Tagen davor ist es auf jeden Fall kühl Ja, kann man schon mal wieder ne Hose anziehen zu Hause Ne, ich zocke immer noch nackt Wir brauchen mehr Overloads Ja, einer geht auf 4% auf 4% Ja, da kommt schon nochmal die Pylone Äh, die Pylone, die Sonde Die Pylone, die Sonde Die Pylone baut eine Pone, ne umgedreht Ne, kein Cannon Rush Da ist er Die andere ist schon bei dir reingepaunt runter, ne Echt jetzt? Jaja Da ist er Was ist die gemacht hat? Ja, was weiß ich was die gemacht hat Ich guck unten mal scouten Es steht nichts da So, dann ist hier die 3 ins Gas Du ins Gas Und du ins Gas Und du ins Gas Alles Standard bis jetzt bei ihm. Der hat bestimmt Echse für uns gespielt. Hier den unteren können wir auch immer crushen, der hat kein Doppelgate. Ja, weil der wird Echse haben. Ne, soviel hat er... Ne. Er ist nicht gescowledet. Komm vorbeigefahren. Ich brauche zu wenig Gas, warum brauche ich zu wenig Gas? Ich auch. Ach, scheiße. Können wir rausgehen, ich habe Pylon vergessen. Quatsch. Ja, ja. Das passiert mir in letzter Zeit echt öfters, ey. Vor allem gegen Protoss, ich weiß nicht warum. Ja, hier hat er noch einen Bersi, unten der ist offen, wie gesagt. Kannst schon mal runter gehen. Ja, ich brauche ein paar Perlinge noch. Oder auf Speed. Ja. Der Sonne ist tot. Ich brauche mal ein Robo los, dass es nicht so bleibt. Und ein paar Abwehrtürmchen. Für die Fliegers. Das ist ne gute Idee. Und dann werden wir ihn mal hoch decken. Hydras. Das ist nämlich schon mal in der Mitte, ne? Wir sind eins. Ich bin hier in die Schatten. Wir müssen offen für eine Echse nehmen. Darf sein? Ich gehe mal auf den blauen und... Jo. Ich bin das Herz. Der ist ja komplett offen und... Warte auf mich. So. Und los. Ich mach die Pilonen weg, ja? Du machst die Echo. Ja, kann ich nicht. Da ist die Schildbatterie. Ja, dann machen wir die Pilonen weg. Ja, das ist schön eingekesselt. Komm und ich... Guck mal runter, ob die geaxed haben. Hier, ich brauche deine Hilfe. Der eine hat geaxed, ne? Jetzt kannst du drauf mit. Ich komme. Ich komme. Ja, dann gehen wir doch hin. Da sind die Schildbatterie. Das ist ja. Das Gebäude-Placement. Jetzt kommt der andere. Geh zurück. Oh, ich hab 900 Euro mit... Ey, eben hab ich noch gut gespielt. Wenn ich eins gegen eins gespielt hab. Och, Mann. Was ist denn jetzt los, ey? Wird Robot da? Das find ich echt schlicht. Quatsch. Klar. Uh. Da kommen sie jetzt. Die Tor... Ja, Blink. Oh, bei uns verteilt ihr. Ja, der eine hat also noch keine Echse, ne? Ja, der andere auch dafür. Da kommen sie. Ja, wir haben jetzt blinken, ne? Ja, wir haben jetzt blinken, ne? Ja. Die eine würde jetzt auf den Flieger gehen. Hier, Fight Ross. Alles schick. Die ist ganz gut. Sie haben jetzt auf die Flieger. Ich kann auch nicht auf den Flieger. Ich bin auf die Flieger. Ja, wir haben jetzt eine Flieger. Ich bin auf die Flieger. Ja, ich bin auf die Flieger. Ich bin auf die Flieger. Ich hab kein andere Wort, jetzt schön flieh' hier Neh, mich vor Zeit, was wir können ja gleich Mal richtig Hallo sagen okay Ich hab auch gleich 1-1 durch wo wir ersten hydrasch kommen so jetzt kommen die hydrasch sechs acht stück ich mach mal ein obos hier dazu dass wir hier weg gemacht werden so eigentlich können wir dann, na dann aber kommen wir da jetzt rein, ne? unten kommen wir auf jeden fall rein dann gehen wir unten rein, ich mach da mein overlord, steh ich nicht oh, das ist ne army dann lass uns unten rein na jetzt kommen wir nicht mehr rein, aber wir sind ja so gesehen schon drin oh, das ist viel, was die da haben naja, müssen wir zurück, schaffen wir nicht ach man, haben wir verloren ich spiel aber auch scheiße gerade, ey das war auf jeden fall zu viel, was da kam ich hab alles verloren eigentlich Mineralien fällt, erschöpft die kommen jetzt auch mit templern und allen scheiß, ne? Mineralien fällt, erschöpft oh ja, das ist viel eure Verbündeten befinden sich im Kampf ihr habt nicht gelügen Mineralien hier, du musst mit fighten ich hab zu wenig geh zurück, geh zurück, geh zurück geh zurück oh, das ist viel zu viel oh, das ist viel ich hab nicht viel mehr da oh, das ist viel ja, verloren Gg Oh, das war der Fall schon Ich will so kurz den Chat danach verlassen Well, fast nochmal gecrushed bekommen Ja, aber da kommt dann der nächste Sprung Uh, das war ein scheiß Spiel, ey Und das sehen wir auch schon in Endcard Leider gibt es heute nur die Sicht vom Bären Denn ich habe einfach mal vergessen, die Aufnahme zu starten Wir hoffen trotzdem, dass euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr uns weiter unterstützt Wer nichts verpassen will, könnt ihr natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren Dann findet ihr oben rechts unser StarCraft Projekt Und unten rechts eins und andere Projekte Also schaut euch morgen wieder ein Und ciao eure Muttibeherren